was geht meine freunde ich wünsche euch vielen dank fürs einschalten hier heute bei den freunden werden wir wieder mal ein kleines bisschen was spielen und zwar wie heißt das spiel eigentlich ja so wie er es gesagt ich spiele heute mit meinem besten freund den timo im spiel ist der hier sniper gegen das ist der typ macht wirklich spieler spaß ich habe jetzt immer schon meine dinge spielt wird auf jeden fall interessante runden und ja ich würde sagen la plauder wenn ich die ganze darum und legen direkt los ich hab mal wieder malzbier die stadt jetzt meine kamera jetzt versteht jetzt versteht ich kann kein video anruf machen leider her also ich kann über das Konzert ein Video also können kann man machen und naja aber ich sehe dich ja Prozent jetzt pro Proben und sie wird ja auch nicht kommen kommen auch nicht das ist die dann ein das Volk ist genau jetzt weggegangen L an den Wettbewerb ja ich habe ein großes Problem weil das Volk ist genau dem Moment weggegangen als ich reingehen wollte die 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 das ist ja nicht mehr auch auch die ab und auch das weiter in der Nähe das abzuknall ist er bescheuert ja nie war für ihn ich dachte gerade das ging ich bin ich nicht ich bin ich nicht bei uns und wir sind auch zu sagen wohl ja es tut mir vielleicht leicht wenn ihr Timo ein bisschen schlecht versteht er ist ja er ist mit mit Deskont über Handy das ist so oh scheiße das die Hälfte sind mann die 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 das war das 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 der die 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 3 das ist ja auch üblich die Prozent Prozent Portalsic Prozent die auch die dann findest du den da und es ist total krass dass sie immer finden ist da ist das Volk das die 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 wo jetzt ich habe ich klasse woher ich nicht aus Schaust von woher Tieter oder Hacker oder wie auch immer ich habe irgendeine Waffe bekommen ich weiß nicht was es ist aber ich vermute mal es ist die Räder in der Karte Obo Obo wie ich den geflext ein Obo scheiße wenn ich nach hinten komme, dann komme ich nach vorne ach das bist du ok Timo warte ich beschütze dich von hinten und ich muss schnell zum alten platz scheiße ich konnte dir mach ich hinter mir verdammt ich weiß das habe ich dir noch gezeigt jetzt ich komme gerade aus dem Portal genau dann ist dein Arschloch der genauer so moin bocci ah Was? Ja, ist gut. Oh mein, das sind zwei gewesen. Das sind zwei auf mich gegangen. Das ist total unfair. Ja. Wir werden nicht gleich kommen. Ja, Mann. Wir sind schlecht. Du bist einfach komplett schwarz, weil der Monitor nur das Licht ist, ne? Mach doch mal Licht bei dir an, Junge. Du bist der in der... Können wir mal das spielen? Einmal den Baseballschläger, so zack, bam, aber nur mit schlagen, nicht ohne Ball. Geht nicht. Geht nur mit Ball? Ja. Oder wenn man Spot, dass man zufällige Waffen kriegt, macht das, das ist cool. Äh, keine Frage. Also das ist, aber wir können es probieren. Also ich hab das schon geschafft. Ich hab grad ein Geschenk geöffnet. Ja. 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 Das heißt, ich hab ich mich eigentlich anders genannt. Game starts in. Let's go. Let's go. Let's go. Ähm. Ähm, oh, 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 oh. Ich bin so gut, ich hab den einfach voll, der läuft da wie so ein Spass, die ganze Zeit Ruf und der hat die ganze Zeit gedünnert. Alter, ich fühl mich richtig gut, ich fühl mich wie so ein Profispieler, ne? Obwohl ich das eigentlich gar nicht bin, wenn man genau das ist, ich bin eigentlich voll Kacke, aber... Ja, ich bin mir die Beschwerden, ne? Oh, ich bin... Ich bin safe, Timo, ich bin richtig safe, guck mal. Wenn jemand von da kommt... Oh, scheiße! Au, au. Bin ich gut. Ja, ich hab mich nicht vollstehen, aber lol. Ich hab den nicht gesehen! Ich hab den nicht gesehen! Wo war der? Er war ein Geist! Er ist da und er ist nirgendwo. So... 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 Ich bin safe. So... 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 für die Idee Kass das war auch scheiße der erste Mann wurde gewusst und haben wir nicht gesehen ja ist klar genau ja der hat sich richtig heftig in der Kassel klein die Niesen Nein! Ja, da ist jemand. Ich mach wieder mein Ultra-Bus. Nein! Ja, da ist jemand. Oh, sch- Oh! 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 Oh, ich bleck mit der Waffe. So schlecht bin ich. Oh, scheiße! Oh, nein! Oh, nein! Ach, das warst du! Sorry, man! Ich bin mein Willi-Wenn-Wesling-Ali-V-V-V Einwächsar! Das entspricht mich jetzt selbst. Ich habe mich selbst gedötet. Wir müssen mein Willi-Wesling-Ali-V-V-V-V-V-V. Das war jetzt schon mal ein anderes Kultraub. ich stehe aber wenn man stirbt dann verliert man keine Waffen die Euro keine Ahnung wieso ich bin der Waffe weiter unten ja ich habe das weh richtig hab ihn verdammt das macht mich sauer mit der Waffe kann man auch nicht ziehen das ist total kacke die Waffe ist total scheiße wow weißt du die 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 manno ja weil ich da durchgeballert habe das hat man direkt gesehen das ist natürlich klar ich habe auch um ich bin so gut ich bin zuerst zu loben du bist nicht gut du weißt es ganz genau trotzdem gut sich die 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 aus ok m m die als es weiter die ich bin sechster die das heißt zu sein finde ich um es sein dann muss ich das Auto ja okay dann tschau Timo vorgegeben ja und damit auch schaue für das Spiel denn wir spielen etwas anderes Leute denn ich hab jetzt eigentlich gesagt keinen Bock mehr auf das Spiel jetzt weil er alleine macht es kein Spaß ne Timo muss offline gehen deswegen gehen wir jetzt auch offline ja jetzt spielen wir erstmal erstens drücke ich da doppelte Taste ja obwohl Leute ganz ehrlich ja ich würde sagen das war es auch für dieses Video ich hab es euch gefallen lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen tschau habt noch einen traumhaften Abend bis bald